Isel ist in der... Mama, in der Kamp... Guten Morgen, meine Lieben. Wir machen mir Kaffee. Baby John ist aufgewacht, die Atelier schläft, die Sally schläft, aber die Isel ist wach. So, warte. So, guck mal. So, guck mal. Schatz, diese Kaffee... Ja, Jan hat mich nass gemacht. Mama? Is sie? Was? Ach, Jan! Der hat ja keine Echte hier. Ich bin an Jan verliebt, und du? Ja. Ach, Jan! Du isst das nicht! Ich bin an Jan verliebt. Ich bin an Jan. Du hast meine einzige Mutter auch. Seine einzige Mutter. Du hast eine einzige Mutter. Stimmt's? Mhm. Deine einzige Mutter ist verliebt in Dill. Ich bin aber voll lecker. Ich bin an Jan. Ich bin an Jan. Ich bin an Jan. Ich bin an Jan. Undfleisch? Ja, da ist sie sehr gut. Wir wollten eigentlich essen gehen,lier nue, aber i7 habe ja das Video gemacht, weil ich gehe nicht mehr aus dem Haus ohne das Video geschnitten zu haben, weil sonst kommt immer etwas dazwischen. Und jetzt habe ich daraus gelernt und es wird immer erstmal Video fertig gemacht, und dann gehen wir raus und wir haben geplant bei Edi im Laden zu essen. Pizza zu bestellen, weil die von gestern war wirklich ganz gut. Ja, aber ich habe etwas länger gebraucht. Da kommen wir in die Küche. Wo ist denn die Küche, Baba? Da. Na dann. Kleine? Na dann, ja. Komm, Mama. Hallo, mein Schatz. Ja, also meine Lieben, heute einen Sonntagsauss wird kriegen ohne Make-up. Dafür mit, ich habe gezählt, ich habe 14 Wäsche, 14 Ladungen. Und meine Waschmaschine hatte ein Volumen von 8 Kilo. Da könnt ihr euch entsprechend ausmalen, wie viel Wäsche das heute war. Ähm, ich bin natürlich noch lange nicht fertig, aber der Anfang ist auf jeden Fall gemacht. Ähm, wo sitze ich? Oh, hinten. Sorry, mein Schatz. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich beschlossen, ab dem 1. April, 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 nein. Sondern ich muss auf zwei Kanälen täglich Videos online stellen. Ich habe mir auch einen Plan gemacht. Und um das zu verwirklichen, werde ich jetzt die nächsten Nächte wahrscheinlich durchmachen. Und ganz viele arbeiten an meinem Trailer für Beauty Channel. Der für meinen Familien-Channel ist ja auch noch nicht fertig. Da habt ihr ja schon gesehen, ist so eine blaue Schrift, wo It's My Life draufsteht. Da kommen noch Bilder von uns hinterher mit Namen, was jeder auch Bescheid weiß. Ähm, ja, der neu auf dem Channel ist oder neues Video, wie wir denn alle heißen. Weil viele schreiben den Namen und fragen sich, ob die denn richtig geschrieben sind. Kanalbeinahe werden auch beide geändert. Ja, jetzt muss ich den kleinen Kerl hier in seiner Maxi-Cruise machen und mich auch anschnallen. Wir fahren vor dem Laden. Ja, okay. Wir sehen uns gleich bei Idi im Laden. Und das Essen war lecker. Ich bin wieder da. Wo warst du gestern? Erzähl uns mal die Geschichte. Nein. Warst du, wenn sie uns dann noch irgendwie feiern? Nee, wann bist du denn nach Hause gekommen? Jetzt gerade. Echt? Jetzt? Bist du echt von Frankfurt hierher gelaufen? Nein. Nein, gibt's nicht. Wo warst du dann die Nacht? Bei einem Kumpel. Ja, ja. Ich will raus. Frag mich so aus dem Video und so. Ich weiß schon, wie die Gattin ist. Achille, frag mal den Hau, wo er heute geschlafen hat. Wo hast du jetzt geschlafen? Bei einem Kumpel? Achille. Achille. Ja. Das ist schlafen. Das ist schlafen. Wir haben keine Klamotten mehr für Baby John. Echt? Guck mal. Nicht nur rosa, auch noch verschieden. Und streift. So, ide, zieh ihm mal Socken an. Und das war das Ergebnis. Geh, Baby John. Wenn du groß bist, kriegt er auch so Socken. Das Zeug da abhaut, ey. Mach schlafen mit. Eigentlich ist man das mit heißem Wasser. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Weißt du was? Ist das jetzt fein? Nein, ist das fein. Ja, ist das fein. Ja, ich mach so. Ja, ich mach so. I hier. Ja, ich mach so. Hallo Hallo Guten Tag Na ich bin nicht da Hast du nicht mitgebracht, ja? Warum hast du nicht gemacht? Oh nein Ich hab dich eben angesetzt und Kabel vergessen Ich hab schon zwei Minuten Komm her, ich hab dir mal zeigen Warte, warte, warte Ja genau Ich hab dir gedacht Ich hab das in zwei, drei Kabel gemacht Wir haben alle noch In weiß, in beruhigendem blau Und in Goldfarben Hier Ich hab das in Dett geschrieben noch Ich hab das in Dett geschrieben noch Eigentlich brauchst du eigentlich ein Sieg Ja Jugendgesetz Elvira, danke So Dann fahr ich jetzt gleich ein Wunder Nein Wir machen es anders Klar ist also, dass der Elvira nicht glaubt Nein, hab ich gekauft, ich hab zwei gekauft Ich hatte eins geklaut Jetzt hab ich den Leben gerecht Kamera ist anders Ja, das ist hier zu hängen Ich lass die Heine schauen Guten Tag Hallo Kitty Hallo Hallo Ja, das ist ein Barding Ja Ja, das ist ein Barding Ja, das ist ein Barding Ey, ich hab so ein Ich hab so ein Super Ein Bard Was? Da oben Was? 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 Sorry Pass auf, gell, Selin Das macht Aua Ja 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 Und Wollen wir noch Wollen wir noch etwas Wollen wir noch etwas Wollen wir noch etwas Wollen wir noch etwas Das ist viel Also Das ist viel Ja, nochmal jetzt nach Tarm Das wird nicht Ja Das wird nicht dreckig Nein, wird nicht dreckig Danke Ein, zwei, drei, vier, vier Bitte schön, mein Schatz Po Ein, zwei, drei, vier Hier ist eine Fassende Hab ich gezaubt? 1, 2, 3, 3, 4, 1 Hי Hik H passage Jetzt kommt dann mit die auch Käst Und dann букsh O enerich communion Mama seine Haare ein bisschen hübsch Sieht aus wie diese Deutsche Komiker, ne? Kennst du den? Das macht mir keinen Spaß. Hallo! Süß! Graben der Blicke! Mein Gott! Mach was! Jawohl! Das ist verbindlich. Hier kommen wir nach. Hier kommen wir nach. Hier kommen wir nach. Hier kommen wir nach. Darf ich das auch ausmachen? Aaaaaaah! 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 Das war eben ein Problem. Katja? Nee, nee, mach nicht. Ja, kann doch mal machen. Der Idi macht einen Kopf. Einen Shisha Kopf. So, ich zeig mal den Ofen. Genau. So, das ist der Ofen für die Kohle. So meine Lieben, wir sind schon länger zu Hause. Ich bin nur am Putzen und das habe ich auch gesprochen. Ich dachte schon, du fällst runter. Okay, ich melde mich gleich wieder. So meine Lieben, ich habe ja der Achi versprochen, unbedingt Cupcakes zu machen. Und das schon seit Wochen. Ich bin immer wieder auf Muffins ausgewichen. Aber jetzt machen wir dann doch schnell die Cupcakes. Und danach geht's direkt ins Bett. Ich bin immer wieder auf Muffins. Ui! Bist du auf diesen Sitz? Das ist kein Stuhl. Oh! Oh! Das tut weh. Ich, ich habe Weiß und Sascha. Ich tue Weiß. 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 Mama, in der Kamp... Au! Au! Weg mit euch. Alles bleibt weg. Denkt ihr, dann mache ich noch irgendwas? Gute Nacht, mein Lieben. Und bei ihr habe ich die Pflanze hier gekauft. Tatatata! Und meine Kopfschmerzen gehen langsam weg. Und ja... Jetzt wollen wir mit Johnny Boy die Gläser ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tüt. Pflüße. .